Bauer sucht Frau ist zurück mit interessanten Fragen. Was hättest du von Sex beim ersten Date? Schwierig. Also küssen finde ich in Ordnung. Ich habe da keine Regeln, also ich mache das, was sich in dem Moment richtig oder gut anwirkt. Das finde ich auch gut. Interessanten Kandidaten. Ich habe mich auf Peter beworben, weil er halt super auch aussieht und ich sehe ja jetzt auch, würde ich sagen, nicht schlecht aus. Hübschen ein bisschen. Und ganz viel Saufen. Was darf ich dir zu trinken bringen? Alkohol. Was denn? Schnaps? Schnaps, ja. Selbstgebrannt, ne? Gerne. Mal ein Frühstücksschnaps, ist doch auch was. Ich trinke aus der Flasche. All das und noch einiges mehr gibt es in der brandneuen Staffel Bauer sucht Frau international. Und ich weiß gar nicht, warum das immer ein bisschen weniger geguckt wird als die normale Staffel, weil ich finde es eigentlich genauso gut und werde es genau deswegen wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex. Mein Sternzeichen ist vage, aber eigentlich glaube ich nicht an Sternzeichen. Und falls du übrigens auch mal an was glauben möchtest, dann kann ich dir RTL Plus empfehlen. Interessante Überleitung. Da kannst du nämlich auch immer Bauer so Frau international schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung gucken. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt mit einer Bäuerin an, die in einem wirklich sehr schönen Land lebt. Ich bin Ulrike, bin 57 Jahre alt, lebe seit zwölf Jahren hier in Brasilien auf meinem Land gut und fühle mich wohl. Das Klima ist schön, meine Tiere habe ich lieb und die haben mich lieb. Und naja, ein bisschen Arbeit ist auch dabei, aber mein Spruch ist ja, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Also liegt bei mir der Fokus mehr auf Leben genießen als auf Arbeiten. Und bei Ulrike merkt man natürlich sehr, sehr rasch. Die ist irgendwie ein bisschen unikat und ich fand sie auf den ersten Blick ziemlich sympathisch. Da wundert man sich natürlich, warum hat sie denn noch keinen Mann? Und das ist dann wiederum leider eine etwas traurige Geschichte. Seit 2012 bin ich dann nur hier gelandet mit meinem verstorbenen Mann. Wir konnten zehn schöne Jahre hier verbringen und nun sitzt Eva im Paradies alleine und wartet auf einen neuen Ader. An der Stelle war ich mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Also ist der Mann 2012 gestorben oder 2022, weil sie noch zehn Jahre dann zusammen hatten. Na gut, aber unabhängig davon hat Ulrike sich eine neue Liebe natürlich verdient. Und wenn man so möchte, hat sie die auch ein bisschen nötig. Auch wenn ich den nächsten Satz ein kleines bisschen schwierig finde. Ich habe jetzt immer das Gefühl gehabt, ich funktioniere nur und ich will wieder leben und fühlen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich große Lust, mich wieder zu verlieben. Ja, ich bin soweit. Und an sich finde ich das absolut wundervoll. Ich muss nur auch sagen, man sollte, finde ich, nicht in eine Partnerschaft gehen mit der Erwartung, dass man dann plötzlich ein ganz anderes Leben hat und auch sich selbst findet. Ich glaube, das ist immer so ein Prozess, den man eigentlich alleine und vielleicht auch davor machen sollte. Aber das ist jetzt auch sehr viel rein interpretiert. Was mir auf jeden Fall an Ulrike sehr gut gefallen hat. Sie hat zahlreiche Bewerbungen bekommen. Sie hat sich aber sehr schnell dazu entschieden, jetzt nicht ganz viele Männer einzuladen. Es muss nur einer sein, der passt. Entweder, ja, hopp oder topp, ne? Also nehmen wir jetzt den einen. Sehr gut. Wie wir noch sehen werden, werden übrigens alle männlichen Bauern in dieser Staffel natürlich mehrere Frauen einladen. Teilweise wirklich absurd viele. Ulrike tut das, wie gesagt, nicht. Aber nervös ist sie so, als hätte sie ungefähr zwölf eingeladen. Ja, wie soll ich sagen, es fühlt sich so an, als wenn ich noch mal 17 bin und mein erstes Date habe und ich weiß, was ich anziehen soll, wie ich mich haben soll. So, naja, wäre schon schön, wenn sich das nochmal wieder so, wie gesagt, wie war das, Flugzeuge im Bauch, ne? Oder hummeln im, ne, hummeln im Hintern heißt das. Nein, das ist falsch. Kribbeln im Bauch. Ja, ob da jetzt irgendwas im Arsch oder an anderen Körperstellen unterwegs ist, das können wir uns ja später mal in Ruhe angucken. Ich muss jedenfalls bemerken, ich finde sie sehr sympathisch. Den Mann, den sie eingeladen hat, den finde ich auf den ersten Blick aber ein kleines bisschen schräg. Aber immerhin auch nicht unsympathisch. Das war volles Programm, was man sich nicht wünscht. Von Flug verpasst bis späte Anreise, schlecht schlafen und so weiter. Also alles, was nicht kommen sollte, ist passiert. Ja, mein Koffer ist noch unterwegs und man weiß nicht genau, wo. 80 Stunden ist Heiko schon unterwegs. Wow, okay, das ist ganz schön krass. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall Heiko. Der ist beruflich normalerweise Metzger und verbringt jetzt ganz, ganz viel Reisezeit in Brasilien. Und ich glaube, dann wünscht man sich natürlich auch, dass man von der Angebeteten direkt empfangen wird. Das ist allerdings nicht der Fall. Er muss jetzt auch noch viele Stunden Taxi fahren. Oi, tudo bem? Sou Lucas, prazeri, sou motorista. Seja bem vindo Brasil primeiramente. Selber abholen wäre schöner gewesen, aber man kann ja nicht immer gleich alles haben im Leben. Also muss ich damit erstmal leben, was ich jetzt bekommen habe. Der Rest kommt ja hinterher. Und ich weiß nicht, irgendwie kann ich Heiko nicht so gut einschätzen. Und ein bisschen hat das jetzt auf mich so gewirkt, als wäre er schon ziemlich angepisst. Direkt danach klang er aber eigentlich so, als wäre er sehr freudig erwartend. Wie gesagt, ich kann den noch nicht einschätzen. Ich habe sehr viel Lust auf die Liebe und die Zukunft, sonst wäre ich nicht hier. Es ist ja nicht gerade mal um die Ecke eine Pizza holen, wenn man diese Runde hier fliegt und den Stress auf sich nimmt. Und gleich hat das er geschafft und ist bei Ulrike. Die braucht aber sowieso noch ein bisschen Zeit, weil da sind ganz viele Spinnen an ihrem Haus. Und die muss sie noch wegmachen. Und also ich habe jetzt gar nicht so schrecklich Spinnenangst, aber das klingt ehrlich gesagt wirklich alles mittelgradig lebensgefährlich. Ich weiß nicht, ob diese Spinnen giftig sind. Also es kommt schon ab und zu mal vor, dass man auch so eine echte Vogelspinne hier hat. Da weiß man, dass sie giftig sind. Aber ja, wenn man ein Problem damit hat, dann hat man hier ein Problem. Davon, dass er wahrscheinlich an Spinnen sterben wird, ahnt Heiko allerdings noch gar nichts. Der ist sowieso noch mit Hygiene beschäftigt. Und normalerweise fände ich das jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, das auf dem Weg zu machen. Man darf aber nicht vergessen, der ist seit 80 Stunden unterwegs und der hatte noch keine andere Gelegenheit. Wobei der, glaube ich, dann trotz Deo wahrscheinlich stinkt wie ein Bär. Aber ist vielleicht gut gegen die Spinnen. Das stimmt auf jeden Fall. Und irgendwann ist es dann auch soweit und Heiko und Ulrike treffen das erste Mal aufeinander. Und ihr wisst ja, meiner Meinung nach sagt die erste Umarmung schon ganz viel aus. Und wenn es danach geht, acht von zehn Sternen. Das hat ja gedauert, oder? Oh, hast du mich warten lassen? Ja, nun, das war nicht. Hallo. Grüß dich. War sympathisch, war schön. Also, ich bin angenehm überrascht. Flattern der Schmetterlinge in meinem Bauch ist jetzt durch das jetzige Dasein und sie zu sehen auf dem Höhepunkt. Also, viel mehr geht leider erstmal im Moment nicht. Aber es kann auch nicht mehr geben, weil es ist ja, wie gesagt, der Höhepunkt. Ein bisschen, finde ich, klingt Heiko aber begeisterter als Ulrike. Und ich fand es übrigens auch ein bisschen komisch, dass sie gesagt hat, sie ist positiv überrascht. Weil ich meine, sie hat doch aus zahlreichen Zuschriften genau diesen Mann ausgesucht. Und der lässt dann auch wirklich gar nichts anbrennen. Weiß ich jetzt nicht, ob man bei der ersten Umarmung schon mal Richtung Arsch langen sollte. Aber er hat es gemacht. Naja, gut. Ich bin ja griffig, ne? Bei mir ist ja was dran. Da muss man sich ja keinen Splitter einreißen. Magst du mir mal in die Kommentare schreiben, ob dir das auch viel zu weit gehen würde? Also, ich will jetzt hier auch kein Riesending draus machen, wenn es für sie okay war. Und es war jetzt ja auch kein besonders fester oder schlimmer Griff. Alles in Ordnung. Aber ich glaube auch, dass es Frauen gegeben hätte, die dann direkt gesagt hätten, du Heiko, du kannst wieder zurückfliegen. Aber streng genommen kann Heiko das ja nicht, denn er hat ja immer noch keinen Koffer. Und als Ulrike das hört, da hat sie dann endgültig Mitleid. Wie, Koffer weg? Ja, Koffer weg. Nee. Ja. Ja, wo ist das zu lachen? Ich wollte hier hübsch ankommen und jetzt komme ich an wie so ein Strauchdieb. Ja, also das ist nicht nett. Ich finde es lustig. Und ich persönlich muss sagen, so schlimm sieht Heiko jetzt doch eigentlich auch gar nicht aus. Man darf nur nicht vergessen, er hat natürlich jetzt gar keine Wechselsachen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann waren die mit dem Taxi auch nochmal vier Stunden unterwegs. Deshalb, selbst wenn der Koffer gefunden wird, heißt das ja nicht, dass er jemals Heiko in der Zeit erreicht. Aber kein Problem, er kann ja einfach Ulrikes alte Röcke auftragen. Ich werde versuchen, dass in meiner Macht steht, ihm mit Sachen auszuhelfen. Ja gut, er ist nur größer. Ich habe ja keine Ahnung, aber meine Tangas wird er wohl nicht tragen können. Was dann aber auch passiert ist, dass Ulrike klar wird, was Heiko tatsächlich für einen Stress für sie durchlebt hat. Und ich glaube, das ist schon etwas, was einem einfach beweisen kann, dass man begehrenswert ist. Und ich glaube, das braucht Ulrike mal wieder. Ich bin jetzt auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ich bin eingebildet, aber ich bin jetzt schon ein bisschen stolz, dass es jemanden gibt, der diese ganzen Strapazen für mich, er hat es ja im Prinzip für mich aufgenommen. Also kenne ich ja so auch nicht, dass jemand für mich so was tut. Und deswegen gibt Ulrike dann Heiko auch eine sehr liebevolle Tour und macht ihm im Haus gleich mal klar, dass er geschlagen wird, wenn er nicht pariert. Naja, ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht. Ich denke mal, das ist dann die Hausordnung. Das ist die Hausordnung, aber der rechte davon. Ah, und der andere? Der linke ist zum Umrühren. Für Eintopf. Ja. Dass er jetzt reinkommt und sagt, das ist die Hausordnung, das finde ich schon cool. Also das zeigt mir, dass er doch irgendwo einen Sinn für Humor hat, für Trockenhumor hat und das ist voll das, was ich auch mag. Und dann wird Heiko auch erst klar, hey, Moment mal, ich habe dieses Format schon auf dem Fernsehen gesehen und normalerweise müsste ich jetzt mit 17 Männern konkurrieren. Das ist allerdings nicht der Fall und er darf ganz alleine bei Ulrike sein, während im Hintergrund irgend so ein komisches Design schwer zu sehen ist, bei dem ich ein bisschen Angst hätte, wenn ich mit dem nachts alleine wäre. Soll heißen, es kommen keine weiteren Gäste. Nein. Ei, 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 ei. Na, einer reicht ja wohl, ne? Wofür haben wir denn das verdient? Bin ja auch nicht mehr so, dass ich so viel abkann. Nee, nee, einer reicht. Ja, dass man so der Einzige ist, das macht einen schon ziemlich stolz, weil man konnte auch vier oder fünf treffen oder keine Ahnung was. Dann macht Heiko sich noch ein kleines bisschen frisch, kann sich aber nur bedingt umziehen, aber es kloppt dann zumindest halbwegs. Und die beiden wollen jetzt den Abend miteinander verbringen. Und da wird Ulrike zum ersten Mal klar, hey, dieser Heiko, der geht jetzt ja gar nicht wieder einfach. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht so richtig verinnerlicht, dass jetzt hier die ganze Woche lang wir jetzt irgendwie uns hier kennenlernen. Das braucht für mich noch Zeit. Komisches Gefühl. Komisches Gefühl. Aber nicht, nicht uncool. Irgendwie fetzig. Ob das fetzig bleibt, das hängt natürlich auch von Heiko ab. Und er hat ja schon deutlich gemacht mit seinem Griff. Er möchte nichts anbrennen lassen. Genau genommen möchte er sogar, wenn es schon angebrennt ist, die Kochplatte trotzdem nochmal auf zehn hochdrehen. Ich habe ja hier nicht allzu viel Zeit, also wird die Zeit nicht mit Schlafen verplempert, sondern eben mit Eroberung und Flirten und Machen und Tun. Auf eine schöne Woche. Zum Wohl. Das wird, glaube ich, noch sehr lustig in der nächsten Folge. Ich habe auch schon mal in die Vorschau reingeguckt. Gleich gibt es aber das absolute Highlight dieser Folge. Vorher wollte ich dich aber nochmal ganz kurz bitten, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Denn viele von euch haben das tatsächlich noch nicht gemacht. Und ich weiß, dass die Bauer-Such-Frau-Zuschauer mit zu den treuesten gehören. Und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn du auch mit dabei bist. Aber gut, dann würde ich sagen, hier ist es auch mein persönliches Highlight dieser Folge. Ein Bauer aus Tirol. Ich bin der Peter, komme aus dem schönen Tirol, bin 33 Jahre alt und wohne auf dem Hof hier mit meiner Familie seit immer schon. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit ca. 10 Stück Vieh, natürlich ein paar Kälber dazu und Hühner und ein paar Katzen. Es ist alles da. Sehr schön. Jetzt muss ich allerdings auch mal bemerken, Peter, normalerweise, ganz klassisch ist Bauer-Such-Frau ja auch ein Format, wo so die etwas verschrobeneren und vielleicht auch älteren Bauern und Bäuerinnen einen Partner suchen. Denn du bist jetzt ja so ein halber Bachelor. Warum machst du jetzt mit? Ich bin kein Womanizer oder so, weil mein Versuch ist mir so Frauen nachzujagen viel zu anstrengend. Deswegen bin ich vielleicht immer noch Single. Das könnte sein. Aber ich glaube, er hätte sonst auch eine Frau gefunden. Aber auch er scheint zumindest ein bisschen lustig zu sein und hat deswegen auch ein sehr spezielles Gastgeschenk vorbereitet. Sehr schöne Fotos. Zur Begrüßung hat er ein ganz besonderes, wenn auch nicht ganz ernst gemeintes Gastgeschenk vorbereitet. Ich will auch sehen, ob die Humor haben, meinen Humor haben, so ein bisschen. Und ja, mal schauen, was die davon halten. Eigentlich eine ganz witzige Idee. Und er hat sehr viele Frauen eingeladen und deswegen müssen wir uns die jetzt auch ganz rasch angucken. Hier ist Nummer 1, die, wie ich finde, jetzt für einen Bauernhof vielleicht auch nicht ganz passend gekleidet ist. Ich bin nervös, aber vorfreulich aufgeregt auch. Ja, aber doch, ja doch, ich bin aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ich freue mich, ihn zu sehen, genau. Das ist also Stefanie und die darf jetzt auf ihren Angebeteten treffen. Und auch hier müssen wir natürlich die Begrüßung bewerten. Ja, ich würde auf der 10er-Skala aber eher nur so 6,5 sagen. Servus. Stefanie. Peter. Dankeschön. Dankeschön. Oh, voll gut. Servus. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ebenso. Dankeschön. Bist du aufgeregt? Tja. Ich auch. Ja, der erste Eindruck ist gewaltig. Das ist eine hübsche Frau. Ich bin gespannt, was sie zu erzählen hat. Das ist genauso attraktiv, wie ich mir das erhofft habe. Na gut, ich glaube, bei den beiden liegt es aber auch sehr stark an der Nervosität. Und was kann man jetzt gegen Nervosität tun? Richtig, man lernt sich besser kennen. Aber das ist ja blöd und kostet ganz viel Zeit. Was man natürlich auch machen kann, ist saufen. Und das morgens um 10. Was darf ich dir zu trinken bringen? Alkohol. Was denn? Schnaps? Schnaps, ja. Ja? Schnaps, bitte, ja. Selbstgebrannt. Gerne. Okay. Mal ein Frühstücks-Schnaps, ist doch auch was. Ich trinke aus der Flasche. Wundervoll. Die anderen Frauen kommen dann übrigens erst ein bisschen später. Deswegen haben Stefanie und Peter noch die Gelegenheit, sich ein kleines bisschen zu beschnuppern. Und Stefanie erklärt erstmal, was sie beruflich macht. Sie ist nämlich irgendwie Tierbestatterin, wenn ich das richtig verstanden habe. Angenommen, dein Hund oder deine Katze würde jetzt sterben, dann kannst du die zu mir bringen. Ich nehme dann alle deine Wünsche auf, was du für eine Urne möchtest, Schmuck. Der grobe Ablauf. Also du musst nicht noch bürsten, bevor die, dass die nach hinten rausstehen. Das machen wir auch, das machen wir auch, wenn die nochmal Fotos haben wollen, nochmal eine Aufbahrung. Finde ich an sich jetzt ganz cool, auch wenn ich persönlich sagen muss, dass ich gerade wenn ein Tier stirbt, das irgendwie wichtig finde, das nicht so extrem zu vermenschlichen, obwohl ich sonst meine Tiere eigentlich immer ganz doll vermenschliche. Ich weiß nicht genau, ob ihr jetzt verstanden habt, was ich meine, aber ich fand es ein kleines bisschen komisch, aber letztlich ist es ja auch egal. Und es kommt natürlich darauf an, was sagt Peter denn? Also es gibt tatsächlich auch Leute, die dafür bezahlen, dass die einen toten Budel nochmal auffrisiert wird und der dann präsentiert wird. Wieso nicht, wenn es einer haben will, dann... Hat er ja super ausgedrückt, würde ich sagen. Stefanie ist dann natürlich auch die Erste, die das tolle Geschenk bekommt, aber da gibt es ein Geheimnis. Ah, du Lachs. Das ist wirklich ein schönes Roto. Vor allem deine muskulösen Oberschenkel. Ja, er hat schon einen guten Körper. Wobei, dass die Oberschenkel natürlich Photoshop sind und alles andere auch. Keine Angst, verraten wir nicht. Und wir haben eh keine Zeit, denn endlich kommt auch Frau Nummer zwei. Und auch die sieht echt gut aus und auch die hat sich total schön zurecht gemacht, aber auch hier muss ich wieder sagen, ist jetzt für den Bauernhof nur bedingt geeignet. Ich bin für gewöhnlich ein unfassbar entspannter Mensch. Heute bin ich alles andere als entspannt. Ich habe ein bisschen Herzrasen und Bauchgummel, aber ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Das hat auf jeden Fall zu bedeuten, dass mir der Mensch schon gefällt. Ja, oder dir gefällt der Umstand mal wieder ins Fernsehen zu kommen, denn ihr habt es eben gesehen, das war sie ja schon mindestens einmal. Ich meine, ich habe sie sogar schon mal irgendwo anders gesehen, aber egal. Auch hier gibt es natürlich eine Begrüßung und die ist dann schon eher eine 7,8. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sagen kann, dass jemand viel Vibe hat, weil Vibe hat man doch immer zusammen. Aber wisst ihr was, ist auch egal, ist Wiped auf jeden Fall ziemlich gut zwischen den beiden und sie hat natürlich auch noch ein Geschenk mitgebracht. Und ihr werdet gleich wieder in die Kommentare schreiben, dass ich Wiped total bescheuert ausgesprochen habe und ihr habt alle recht. Das ist ein Vision Board. Ah, okay. Ich habe davon gehört. Da soll man ja vorher schlafen gehen, nicht mehr da draufsehen. Und am besten morgens, wenn man aufsteht. Wenn man aufsteht. Ja, du bist, was du denkst. Genau. Das ziehst du an. Cool. Das ist jetzt mein Vision Board, was ich auf uns bezogen habe. Interessante Frage. Was hältst du von so Vision Boards oder auch so von Bestellungen beim Universum? Ich finde, auf der einen Seite ist das, glaube ich, schon ganz wichtig, sich Sachen zu vergegenwärtigen, weil das natürlich für ein bestimmtes Mindset sorgt. Ich finde es aber auch schwierig, da so viel draufzusetzen, weil macht man sich nichts vor. Es gibt dann auch Leute, die gucken dann abends immer auf ihr Vision Board, aber machen eigentlich nichts, um ihre Ziele zu erreichen. Und das finde ich dann ein kleines bisschen schwierig. Ansonsten gibt es aber zwischen den beiden wirklich von Anfang an relativ gute Gespräche und es geht auch gleich spirituell zu. Glaubst du denn an Gott? Bist du gläubisch? Ich glaube, da ist eine höhere Macht draußen. Ich habe ehrlich gesagt, das sind Aliens. Dann sind wir uns auch sehr einig. Akte X meets Bauer sucht Frau. Das wäre auch mal ein Franchise, was ich mir angucken würde. Aber egal, Lydia ist auf jeden Fall mega begeistert. Auch wenn ich ein bisschen das Gefühl habe, dass sie begeisterter ist als er. Ich glaube tatsächlich an sowas wie Seelenverwandtschaft. Ich glaube, dass alles seinen Sinn hat im Leben. Und ich habe da auf jeden Fall heute schon was gespürt. Da war irgendwas, was besonders ist. Gut, dann fehlt noch Frau Nummer drei. Die ist mit Abstand die merkwürdigste. Aber man muss auch sagen, sie ist die ehrlichste. Ist ja auch schön. Ich habe mich auf Peter beworben, weil er halt super auch aussieht. Und ich sehe ja jetzt auch, würde ich sagen, nicht schlecht aus. Hübschen ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin. Aber ich finde es immer mega schwierig, wenn Leute quasi zur Begrüßung sagen, dass sie sich selbst hübsch finden. Also natürlich ist das schön, aber ich weiß nicht so recht. Und irgendwie hat sie mich auch sehr derbe an eine andere Kandidatin erinnert. Von ein paar Jahren beim normalen Bauersuchtfrau. Aber ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ist sie nicht. Was ich dann nicht nachgeguckt habe, ist, wo man die Socken machen kann, die sie gleich Peter schenkt. Aber ganz ehrlich will ich das auch nicht wissen, weil die würde ich nie bestellen. Bedeutet das dann nicht im Umkehrschluss, dass wenn Peter die trägt und auf seinem Hof arbeitet, dass er dann mit schwitzigen Kuhscheißfüßen auf ihrem Gesicht rumläuft? Aber wisst ihr was, ich sollte mir da nicht so viele Gedanken machen. Hier kommt Peters Geschenk. Oh Gott, sieht ja aus wie mein Stiefvater. Wirklich? Ja, er ist auch so rumgelaufen. Oh nein, Stepdad, I'm stuck. Okay, ich glaube über diese Art von Filmen möchten wir hier lieber nicht reden. Stattdessen lassen wir dann ein bisschen Zeit vergehen und schauen uns auch noch die letzte Frau an. Ja, Peter lässt wirklich gar nichts anbrennen. Sie war Anfang meine Favoritin und ich bin total gespannt, ob sich das jetzt so rausstellt, wie ich das in Vermutung habe. Das wäre natürlich sehr spannend und hier muss ich tatsächlich sagen, gebe ich bei der Begrüßung mal eine glatte 9 und ich muss so ganz nebenbei bemerken, das ist wirklich eine sehr attraktive Frau, die glaube ich auch schon ziemlich auf Peter steht. Freut mich. Mich auch. Schaust aus. Du auch. Dankeschön. Auch die beiden sind aber natürlich ein kleines bisschen nervös, aber kein Problem, denn wenn man morgen schon gesoffen hat, dann kann man abends natürlich weitermachen, wobei ich gar nicht weiß, ob Peter immer mitgetrunken hat. Wenn ja, hat er jetzt wahrscheinlich wirklich zwei Promille. Ich hoffe, das schmeckt dir. Ist der lieblich, so wie du? Vielleicht sehe ich so aus. Manchmal habe ich es auch faustig hinter den Ohren, deswegen dachte ich mir, ja, ist nett von dir, aber warte mal ab. Ich habe gern schön Feuer unter dem Hintern. Das stimmt wirklich und sie hat auch ein paar ganz nette Tricks, wenn man so möchte. Sie hat nämlich ein kleines Spiel mitgebracht und ganz zufällig kommt man sich dabei dann körperlich näher. Das ist aber auch eine Sache. Guck, hier steht jetzt umarme dein Gegenüber für fünf Sekunden. Jetzt musst du, ob du willst oder nicht. Leider. Das hat sich natürlich sehr gut angefühlt. Also ich habe auch gemerkt, dass er mich wirklich schon so an sich gedrückt hat und so. Von mir aus hätte es auch ein paar Sekunden länger sein können. Also hat sich gut eingefühlt, das Spiel. Ja. Und ich glaube, er hätte sie nicht nur gerne länger als fünf Sekunden umarmt, er hätte auch gerne schon mehr als fünf Sekunden in ihr verbracht. Weil ganz ehrlich, die nächste Frage war ein bisschen random. Ich weiß nicht, ob man das so direkt fragen sollte. Was hältst du von Sex beim ersten Date? Sex beim ersten Date, okay, das ist schwierig. Also küssen finde ich in Ordnung. Ich habe da keine Regeln. Also ich mache das, was sich in dem Moment richtig oder gut anfühlt. Das finde ich gut. Alles klar. Aber okay, dann muss man jetzt natürlich bemerken, da ist jetzt Peter und da sind vier Frauen und er hat eigentlich gar nicht so schrecklich viel Platz. Und eigentlich wäre es ganz gut, wenn er sich jetzt schon mal irgendwie so ein bisschen entscheiden würde. Aber das ist ja ganz doll schwer. Ich kann euch anbieten. Also mir wäre es wichtig, ich würde gerne nochmal drüber schlafen, wenn das für euch natürlich okay ist. Und in gewissem Sinne kann ich das natürlich verstehen. Und ich finde es sogar eigentlich ganz gut, weil wir haben uns nichts vor. Er hat jetzt mit jeder Frau netto sieben Minuten geredet. Trotzdem kommt das bei den Damen nicht so gut an. Und auch da muss ich sagen, natürlich kann ich das verstehen. Denn um einen Mann zu kämpfen, ist ja ganz schön. Aber natürlich möchte man auch, dass ein bisschen zurückgekämpft wird. Ich bin ein Mensch, der es gerne mag, dass ein Mann sich konkret entscheidet für mich. Also ich denke, ich würde gerne im Hotel bleiben, bis du dich entschieden hast, was du wirklich möchtest. Und das entscheiden die anderen drei Damen dann auch. Mit anderen Worten, eine möchte gerne dableiben. Und ganz zufällig ist das seine Favoritin. Ich verstehe euch natürlich, ich verstehe eure Entscheidung. Vielleicht ist es nicht ganz so fair, aber von meinem Standpunkt aus, ich würde sehr gerne hierbleiben. Das wiederum kommt dann bei den Konkurrenten überhaupt nicht gut an. Und hui, wir haben jetzt hier schon so ein bisschen Krieg. Ich glaube, das wird in den nächsten Folgen richtig gut. Ich bin halt nicht eine Frau, die ihn direkt auf den Schoß bringt. Vielleicht wollte sie auch ein bisschen um mich kämpfen und sagen, hey, ich bin jetzt da und gehe nicht so schnell wieder weg. Ich bin halt hier für einen Mann. Für mich war das klar, dass ich hierbleiben möchte. Ich möchte ja auch einen Mann kennenlernen. Ich möchte keine beste Freundin finden oder generell Freundin. Was soll ich dazu sagen? Es gibt halt solche Frauen und es gibt solche Frauen. Au, au. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Dankeschön. Und ich muss einem Mann nicht direkt um einen Hals fallen und sagen oder in die Offensive gehen und direkt sagen, oh, hier bin ich. Genau, es gibt so eine Frauen und solche Frauen. Wobei dann immer die Frage ist, was so eine und solche jetzt konkret bedeutet. Für die eine bedeutet es auf jeden Fall mehr Zeit mit Peter und dadurch glaube ich einfach einen großen Vorsprung. Ist das hier schon sowas wie eine Entscheidung? Wenn die sich nicht entscheiden können, eine kannst. Interessant, wie sich das so entwickelt hat jetzt. Ich bin jetzt hier nicht, um Freundin zu finden. Ich möchte dich kennenlernen. Eine Kämpferin. Genau. Ja, klar schmeichelt mir das auch, wenn die da nicht so leicht aufgeht. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das dann alles so dann rausstellt morgen. Das wird glaube ich noch richtig, richtig gut. Der nächste Bauer ist dann, wie ich finde, erstmal ein ganz anderer Typ. Der wirkt so besonnen und im Leben stehend und empathisch. Mein Name ist Andreas. Ich lebe in Guatemala. Bin Kakao Farmer, weil ich Kakao aus vollem Herzen liebe. Oh mein Gott, ich liebe Kakao. Also wenn du irgendwann mal den Weg zu meinem Herzen suchen solltest, du findest ihn durch Kakao. Habe ich mir Klopapier genommen und habe ich mir Kakaozucker gemacht und das habe ich dann aufgegessen. Wobei ich den ganz bitteren aus dem Kakaobohn zwar auch mag, aber den etwas süßeren europäischen nenne ich das mal eigentlich auch ganz gerne. Aber okay, auch er ist tatsächlich in einem Land, das glaube ich bei Bauer und Frau International noch gar nicht vorgekommen ist. Ich kann mich zumindest gerade nicht daran erinnern. Wo liegt der Hof? Ja, der liegt ziemlich am Ende der Welt. Und mitten im Moorwald, in Guatemala. Ich hatte die Möglichkeit, durch Zufall eine Reise nach Guatemala zu machen. Ich bin von Mexiko über den Fluss gegangen und habe gedacht, das ist ein geiles Land. Es war so Liebe auf den ersten Blick. Vielleicht das, was ich mir wünsche, wenn hier eine Partnerin auf den Hof kommt. Das wäre natürlich super toll, dass ich mich in die Partnerin genauso verlieben könnte, wie in die Kakao fahren. Was Andreas dann neben relativ krassen Augen auch noch hat, ist, wie ich finde, eine wirklich sehr erwachsene Einstellung zur Liebe. Also gut, er ist jetzt natürlich auch 63, aber wir haben ja bei Bauer und Frau International da auch schon andere Sachen erlebt. Liebe ist für mich, den anderen so zu nehmen, wie er ist, ohne ihn ändern zu wollen. Abends alleine einzuschlafen ist einfach nicht so schön. Morgens alleine aufzustehen ist auch nicht so schön. Und irgendwie hatte ich erwartet, dass Andreas dann nicht so viele Frauen einlädt. Allerdings hat er doch sehr viele Frauen eingeladen. Und für die ist er übrigens extra nach Deutschland gekommen, um sie hier kennenzulernen. Hier ist auch schon Nummer eins. Physiotherapeutin Uta ist aus Bayern angereist. Andere Damen möchten auch den Andreas kennenlernen, aber ich denke, dass mein Selbstbewusstsein so groß ist, dass ich da keine Konkurrenz sehe. Aber Uta bleibt wirklich nur vier Sekunden die einzige, dann kommt auch schon Elke. Und auch hier beginnt sofort ein bisschen Konkurrenzdenken und Kampf. Ich glaube, Elke würde jetzt nicht gut zum Andreas passen, weil ich glaube, vom Typ her eher nicht. Und irgendwie dachte ich mir, okay, das reicht doch jetzt. Aber ansonsten macht das Andreas' Aussage vielleicht auch ein kleines bisschen komisch. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn er extra nach Deutschland kommt, dann muss es sich auch lohnen. Hier ist Frau Nummer drei. Ich bin aus der Schweiz angereist nach Berlin, dass ich den Andreas endlich mal sehe. Und ich freue mich sehr drauf. Und ich bin kribbelig und das Herzli Pöpperlet und ich bin aufgeregt, ja. Okay, jetzt reicht es doch aber wirklich, oder? Nein, natürlich nicht. Denn es gibt noch eine Frau, die ist dann auch noch 17 Jahre jünger als er. Und so langsam fühle ich ein bisschen den Überblick. War ein irritierendes Gefühl, weil ich nicht so richtig wusste, wo gehe ich jetzt drauf zu? Wer ist das? Aber ich finde, die anderen drei Damen haben mich nett in die Runde aufgenommen. Okay, ich muss ja für euch immer ein bisschen die Namen lernen. Also wir haben jetzt Uta, Susanne, Elke und die eben war Nicole, glaube ich. Aber es ist halt immer noch nicht vorbei. Ich freue mich sehr auf den Tag heute. Ich bin sehr gespannt. Deswegen merkt man die Kälte vielleicht dann doch nicht so. Hallo zusammen. Hallo. 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 Hallo, 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 hallo. Hallo. Ja, okay. Und danach geht es dann endlich ans eigentliche Kennenlernen. Uta darf hier wieder den Anfang machen. Und wenn ich das bewerten müsste, ja, schon nach. Das ist Uta. Das ist der Andreas. Hallo. Grüß dich. Hallo. Der erste Blick denke ich, aha, okay. Es war ein erster Wow-Effekt da. Ist halt ein stattlicher Mann, ne? Mit allem drum und dran. So, fest in der Brandung. Sie hat mein Gefühl, mein Herz berührt. Klingt super. Aber hier ist auch schon Dame Nummer zwei. Und auch hier gibt es schon wieder eine Acht. Nicole. Hallo, Andreas. Grüß dich. Hallo. Hallo. Als ich Andreas umarmt habe, war das ein sehr warmes, ein sehr schönes Gefühl. Okay, dann die nächste Frau. Und auch hier muss ich sagen, das ist ja schon wieder eine Acht. Hallo, Elke. Hi, hallo, Andreas. Elke hat mich begeistert. Elke ist eine natürliche Person und ist einfach, ja, eine gute Wahl. Andreas entspricht schon meinem Männerbild so. Ich liebe diese Strahlen, diese strahlenden blauen Augen. Ich mag graues Haar am Mann und seine Größe, seine Statur. Cool. Ich bin mir unsicher, ob Andreas klar ist, dass er die nicht alle heiraten darf. Also vielleicht geht das in Guatemala, aber in Deutschland würde es auf jeden Fall nicht funktionieren. Aber egal. Nummer vier. Vielleicht würde es eine Acht geben. Das ist Thailand. Ja. Das finde ich ja schön. Hallo. Hallihallo. Als er mich dann angeschaut hat, habe ich schon gemerkt, ja, ich hatte schon die Schmetterlinge im Bauch. Es war eine warme Umarmung und einfach ein herzliches Gefühl. Gut, fehlt nur unsere Schweizerin und das ist endlich mal keine Acht. Das ist eher eine Minus Vier. Also zumindest von ihrer Seite aus. Ich habe mir ein bisschen größer vorgestellt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er hat eine super positive Erscheinung und das finde ich gut, ja. Und wenn ich denn irgendetwas in den letzten Jahren bei Bauersuchfrauen oder auch in anderen Datingformaten gelernt habe, Körpergröße scheint für Frauen oftmals echt sehr, sehr wichtig zu sein, weil ohne dass die großartig weitere Gesprächsmöglichkeiten hatten, hat sie ihn dann einfach aussortiert. Da kann ich ja eigentlich ganz froh sein, dass ich 1,88 bin, oder? Ja, ich muss leider sagen, dass bei mir der Funke nicht drüber gesprungen ist. Das ist ein Gefühl, Bauchgefühl, ja, einfach irgendwie, ich bleibe im Schweizerländli. Ja, klar bin ich enttäuscht. Das ist ja, also niemand mag ja eine Entscheidung, nee, du bist es nicht. Ja, natürlich ist Andreas enttäuscht, weil dann kann er ja nur noch vier Frauen heiraten. Ja, aber leider ist ihm das dann auch verboten worden und er musste sich am Ende für zwei entscheiden. Und da er ja allen acht gegeben hat, hat er wahrscheinlich irgendwie gewürfelt. Ja, dann würde ich sagen, die Petra würde ich gerne einladen. Freut mich riesig. Dann würde ich gerne Sachsen mitnehmen. Hi! Auch hier muss ich übrigens sagen, bin ich schon sehr gespannt auf den Rest der Staffel, weil ich glaube, das könnte noch ziemlich viele Reibereien geben. Ich freue mich auf euch. Dankeschön, Andreas. Danke. So, und falls du jetzt denken solltest, Mensch, das Video geht ja schon ganz schön lange, jetzt moderiert er hoffentlich endlich ab, nee. Denn wir haben tatsächlich noch einen Bauern, der lernt zwar hier noch überhaupt nicht seine Frauen kennen, aber er darf sich natürlich mal vorstellen. Und irgendwie hat er mich so ein bisschen an so einen bösen Piraten bei Jack Sparrow und Flucht der Karriere geändert. Hi, ich bin der Philipp, der Berliner, der irgendwie in Togo gelandet ist, in den Bergen hier mit meiner kleinen Farm, die mich sehr glücklich macht. Klingt eigentlich ganz cool, wobei ich mich ein bisschen gefragt habe, wie man zufällig in Togo landet. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen Angst, weil ich muss nachher nämlich auch noch wohin fahren, wo ich noch nie hingefahren bin. Nicht, dass ich dann auch zufällig in Togo lande. Meine Geschichte, der Weg hierhin dauert knapp zehn Jahre und hat viele Umwege und Umleitungen geführt. Ich bin öfters nach Afrika gereist und mir meinen Horizont immer weiter gesucht. Er möchte jetzt aber auf jeden Fall eine Frau, beziehungsweise am liebsten möchte er auch direkt eine Familie. Finde ich übrigens immer cool. Man muss aber natürlich immer so ein kleines bisschen aufpassen, dass man sich eine Partnerin nicht nur deswegen auswählt. Kinder sind natürlich auch eine Erweiterung deines Ichs. Und ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass ich ein cooler Papa wäre. Erweiterung des Ichs? Das hat er eigentlich echt ganz schön ausgedrückt. Habe ich so tatsächlich, glaube ich, noch nicht gehört. Auch er gehört dann zu denjenigen, die nicht in Togo empfangen. Zumindest erst mal nicht, sondern er reist nach Deutschland. Ja, und den Pulli, den er da mitnimmt, den hatte er, glaube ich, sehr lange nicht mehr an. War, glaube ich, vier, fünf Jahre nicht mehr in Deutschland und davor eigentlich auch zehn Jahre nur sehr sporadisch. Ich bin schon nervös, was mich da erwartet. So, ich glaube, der war lange nicht angezogen. Puh. Auf Philipp, muss ich sagen, bin ich mal sehr gespannt, weil ich glaube, der ist auch ein ziemlich spezieller Typ. Und ich bin auch darauf gespannt, ob den Frauen klar ist, wie spezieller eigentlich wirklich ist. Ah, Mann, die Staffel wird, glaube ich, echt gut. Ich bin bereit. Mal schauen, wo es mich hinführt. Ganz in die Nähe Berlins. Dort werden vier Frauen darauf warten, den ungewöhnlichen Bauern kennenzulernen. So, und jetzt haben wir es tatsächlich endlich. Na, eigentlich nicht endlich, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das Video ist am Ende. Wir wollen uns aber natürlich noch die Vorschau von der nächsten Folge anschauen. Und dabei gibt es Streit und ein bisschen nackte Tatsachen. Ich bin gespannt, vor allen Dingen, wie es jetzt mit Alisa und Peter war. Ich kann gar nicht einschätzen, ob da mehr passiert ist zwischen den beiden. Guten Morgen, Sunshine. Guten Morgen. Ich würde nie auf die Idee kommen, mich da halbnackt irgendwo bei fremden Leuten hinzusetzen. Aber, ja gut, fand das wohl witzig. Wenn du das nicht verpassen willst, ich erlaube mir es einfach nochmal zu sagen, weil das Video so lang war, würde ich mich jetzt noch sehr über ein Abo freuen. Du weißt ja, letztlich ist das auch immer so die Währung, in der ihr mir mit Zuneigung zeigen könnt, dass wir alle zusammengehören. Und dann sind wir irgendwann eine Einheit. Okay, das war jetzt ein bisschen pathetisch. Nein, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen. Genauso wie über einen Daumen nach oben. Und, wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun willst, kannst du mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Packe ich dir hoffentlich auch irgendwo rein. Und wenn du das alles nicht tust, dann musst du jetzt Philips alten Pulli anziehen. Und aus Versehen kommst du auch morgen noch nach Togo. Bis zum nächsten Mal.